. 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 Hey! Stefan! Ja, der Hallo! Hallo! Du, wie schaut's aus? Machen wir das heuer? Was? Neujahrskonzert! Ja, sicher machen wir es! Ja, und wie machen wir das? Kimuma! Ja, und was machen wir da jetzt genau? Spielen, musizieren. Wir haben eine ganz tolle Jazzsängerin, die Marion Feuchter. Und Strauss gibt's auch, oder? Strauss ist dabei, Donau, Rotezki, das darf nicht fehlen. Und Literaten, oder? Etia Hoffmann hat Jubiläum. Super. Sagt da der was? Ja, ja, ja. Komponisten, hast du welche? Ja, da gibt's viele. Brahms, Smetana, Sibelius. Da spielen wir ganz verschiedene. Ja, da werden sie ganz futschig werden am Schluss. Und ein Rätsel wollen wir auch wieder, oder? Rätseln tun wir auf jeden Fall. Und Gedichte! Gedichte, wunderbar. Und tanzen, wer tanzt eigentlich? Ja, wie die Amy bei der Villa mit der Dance Experience. Und wir haben einen Akrobaten auch dabei. Wie heißt der? Mit Handstand, der Danilo. Wow! Du, aber Akrobatik, das bringt mich zum Sport. Passt dir eigentlich der Anzug noch? Ja, ein bisschen länger ist es geworden jetzt, gell? Jetzt über das neue Jahr. Ja, aber... Gönnen wir vielleicht noch einmal trainieren. Gönnen wir trainieren? Ja, ich glaub nicht. Klag ein. Jetzt freuen wir uns aufs Konzert. Ja, jetzt freuen wir uns. Du, wo ist das jetzt noch einmal? In Innsbruck, im Kongress. Sieht man eh von da? Ja, da unten. Da können wir jetzt einmal drauf anstoßen. Müssen wir drauf anstoßen? Joa, sechs waren wir dabei. Sollt ihr da sein? Toll! Prost! Prost! Wir wünschen Ihnen... ...ein gutes neues Jahr! Prost! ...deacha lossских Tchaika Izela! BK! AnkonT Beautiful Weekend! Pass thoughts! Pzzt! Vielen Dank.